Hallo meine lieben Freunde meines Kanals. Schön, dass ihr bei diesem Video wieder eingeschaltet habt. Heute habe ich euch wieder viele kurze Telefonate mitgebracht, die so nicht für ein eigenes Video gereicht haben, doch trotzdem ziemlich aufschlussreich sind, was wir da für Menschen am Telefon haben. Ich wünsche euch viel Spaß, gute Unterhaltung und vor allem jede Menge Aufklärung mit diesen vielen kleinen Telefonteilen. Ja. Hallo, guten Tag. Ja. Spreche ich mit dem Herrn Gunther? Wen habe ich denn da dran? Ich heiße Mia. Ich melde mich von der Firma Forex Time, weil sie haben eine Anmeldung bei uns gemacht. Es geht hier über Online Trading und ich werde ein paar Informationen erst mal geben. Aha. Verstehen Sie? Nee. Es geht hier über Online Investitionen. Aha. Wissen Sie, was ist Online Investitionen? Was? Wissen Sie, was Online Investitionen ist? Ja, was ist denn das? Kann ja viel sein. Haben Sie gehört über Bitcoin, Kryptowährung, Aktien, Indizien? Ja. Haben Sie? Ja. Über diese Marken, es geht hier. Sie haben eine Anmeldung bei uns gemacht. Aha. Ich bin Ihre Kontomenagerin und werde Sie da helfen, um das Konto zu aktivieren. Aber erstmal wollte ich nur ein paar Informationen geben und danach können Sie das selber entscheiden. Verstehen Sie? Nicht so richtig, nö. Wo haben Sie denn die Anruferlaubnis her? Wie bitte? Wo haben Sie denn die Anruferlaubnis her? Weil Sie haben eine Anmeldung bei uns gemacht. Das ist ja keine Anruferlaubnis. Sie haben eine Anmeldung und ich habe Ihnen angerufen. Das ist ja illegal, wenn Sie dann einfach anrufen. Wie bitte? Das ist ja illegal, wenn Sie dann einfach anrufen. Nein. Doch. Warum? Ja, Datenschutzgrundverordnung. Ja, weil Sie haben selber eine Anmeldung. Hier steht Ihre Name und Ihre Nummer. Ja, für richtig, aber spielt das keine Rolle. Ich habe ja trotzdem kein Double-Opt-In gegeben, dass ich angerufen werden darf. Ist mir egal. Ja, also sind Ihnen die Gesetze egal? Ja. Weil Sie haben selber eine Anmeldung gemacht. Also sind Sie kriminell, wenn Ihnen die Gesetze egal sind. Ja, ja, bin ein Kriminell. Was sprechen Sie? Ja, Sie sind eine Betrügerin. Haben Sie eine Firma gesehen oder so? Warum sollen Sie so sprechen? Ja, sprich mal vernünftig Deutsch, dann kannst du vielleicht auch kommunizieren. Okay, okay. Ja, meine Schule besuchen oder so. Immer wieder der absolute Wahnsinn. Wir haben hier Leute dran, die, ja, sich eigentlich gar nicht richtig verständigen können. Hören nicht richtig zu und wollen eigentlich nur ihr komisches Trading-Produkt da loswerden. Ja, dass man hier sein Geld nicht einzahlen sollte, das verrät einem schon der Akzent und die einfach dröhnende, laute Musik. Nur trotzdem zahlen hier leider trotzdem viele Menschen ihr Geld einfach ein, ja, um es dann eben nie wiederzusehen. Das vergisst man hier natürlich an der Hotline jedes Mal, ja, zu sagen, dass man hier das Geld nur überweist und danach dann eine Show vorgespielt wird, wenn man Glück hat. In den meisten Fällen, ja, melden die sich einfach nur nicht mehr und kümmern sich auch gar nicht mehr um euer Konto. Denn Webseiten sind ja mittlerweile auch schon unnötig bei den Betrügern geworden. Die meisten Betrüger-Webseiten, die haben ja selbst schon gar keine Webseite mehr. Oder das Zahlsystem wenigstens schon nicht mehr auf der eigenen Webseite. Und sobald man eingezahlt hat, meldet sich halt einfach nur keiner mehr. Und damit hat sich dann das Thema erledigt. Ja. Hallo. 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 Schönen guten Tag. Bin ich richtig mit der Angelio Merte. Mö, ich bin da dran. Sie haben Patrick James am Apparat, Herr Merte. Aha. Patrick ist mein Name. Patrick James, ja. Mhm. Rufisch Sie an, von Kryptonetik, Herr Merte. Okay. Hallo. Ja. Hören Sie mich? Okay. Meine Name ist Patrick James. Rufisch Sie an, Herr Merte, von Kryptonetik. Okay. Ich bin der Finanz-Expert hier, wo müsstisch Ihnen, natürlich, wenn Sie Zeit haben, paar wichtige Informationen. Über Thema Kryptoverungen. Arbitrash Handel Kryptoboh. Sagen Ihnen etwas? Was, wenn ich fragen darf? Nee. Okay. Kryptobot oder, wie können wir auch andere sagen, fullautomatisierte Handelsroboter. Ist eine Software, wo arbeitet selbstständig für Sie, Herr Merte, ja. Kauft und verkauft Kryptowährungen in einem Marketplatz und verkauft in ein anderes Marketplatz weiter, wo teuer ist, ja. Aha. Okay. Transfer. Tja, und dann hat uns der nette Betrüger-Mitarbeiter einfach, ja, weitergeschoben, beziehungsweise muss auf irgendeine Taste gekommen sein. Denn das hat sich jetzt hier ziemlich danach angehört, als hätte er uns durchstellen wollen. Irgendwohin. Tja, und dann waren wir in der Warteschleife. Und dann war das Gespräch unterbrochen und beendet. Schon irgendwie witzig. Witzig ist aber auch, dass er die gleiche Warteschleifenmusik da in seinem System benutzt wie ich selbst. Könnte vielleicht daran liegen, dass er sogar Kunde mit seiner Firma bei der Firma ist, wo ich meine Telefonanlage habe. Naja, anderes Thema. Aber es ist auf jeden Fall absolut gruselig. Der Typ, der hat mich hier einfach weggeschoben und war dann, tja, verschwunden. Aber er hat es sich nicht nochmal nehmen lassen, hier nochmal anzurufen und es dann nochmal zu probieren. Also er hat gecheckt, dass er es selbst verbockt hat. Und ruft jetzt nochmal an. Guten Tag. Hallo, Herr Merte, Angelo. Ja. Okay, ich habe vorhin angeruft, der Patrick bin ich. Wir waren zusammen im Gespräch, aber die Leitung vielleicht war plötzlich weg. Ja. Herr Merte. Wie gesagt, ich habe Ihnen angefangen zum Kryptobot zu erklären, ja. Kryptobot. Was heißt Kryptobot, ja. Haben Sie früher über den Kryptowährungen gehört, wenn ich fragen darf? Kryptowährungen. Wissen Sie, was das ist? Ja. Ja. Herr Merte. Können wir zusammen sprechen, oder? Ja, Sie sprechen doch. Okay. Ja, das ist eine vollautomatisierte Handelsroboter, wo kauft Kryptowährungen in eine Krypto-Exchange und verkauft es weiter in eine andere Krypto-Exchange mit einem höchsten Preis, ja. Okay. Wir arbeiten mit 25 verschiedenen Krypto-Exchange. Zum Beispiel wie Binance, Kraken, Coinbase, Polonex, Bithom und so weiter. Okay. Zum Beispiel haben wir Ethereum. Bei Binance, wo kostet 1000 Euro, ja. Bei Kraken, das kostet die gleiche Währung, kostet 1000 Euro, ja. Kaufen wir, wo 1000 ist, verkaufen wir, wo 1000 ist, ja. Das heißt Kryptobot oder Arbitrage, okay. Und durch diese Software können Sie gute Profite erreichen, Herr Merte, ja. Das arbeitet nicht nur mit einer Kryptowährung, aber arbeitet mit verschiedenen, okay. Gleichzeitig könnte er auch arbeiten mit 5 Kryptowährungen, Herr Merte. Aha. Okay. Oder nehme ich ein anderes Beispiel. Zum Beispiel, Sie wohnen in Deutschland, ja. Sind Sie eine deutsche Einwohner, ja. Bei uns gibt es natürlich Aldi, Rewe, Lidl und so weiter, ja. Kaufen wir eine Flasche Wasser. Bei Aldi, Volvic Wasser, wo kostet 70 Cent, normalerweise. Und verkaufen wir bei Penny weiter, wo 1,20 Euro ist, ja. Oder am besten verkaufen wir es bei Kiosk, wo 1,50 Euro ist, ja. So funktioniert auch Arbitrage Handel, Herr Merte. Okay. Wenn Sie Interesse haben, das zum Schauen natürlich, wenn Sie ein Online-Gerät dabei haben, ein Handy, Smartphone, ist überhaupt kein Problem oder ein Rechner, kann ich Ihnen auch mal unsere Plattform buchstabieren, wo kostenlos können Sie auch schauen, ja. Mal besuchen, ja. Herr Merte. Hallo. Okay. Haben Sie einen Rechner, ein Gerät? Was? Haben Sie einen Computer, einen Laptop, Smartphone? Tablet? Nee. Haben Sie nicht? Nee. Okay. Aber mit was sprechen wir jetzt? Mit einer Festnetznummer, oder? Ja. Okay. Haben Sie kein Handy? Nee. Okay. Sie sind ganz alte Generation, glaube ich schon, Merte. Ja. Computer haben Sie auch nicht, ja? Nee. Okay. Dann müssen wir das alles abschließen, ja. Ich entschuldige mich für die Stellung. Tschüss, Betrüger. Oh, da konnte er uns halt nicht betrügen, wenn wir keinen PC oder kein Handy haben. Tja, also dass er sich jetzt hier nicht die Frage gestellt hat, wie ich mich dann da registriert habe. Das ist schon irgendwie interessant. Tja. Interessant ist auch, dass er sich hier tatsächlich mal nochmal zurückgemeldet hat. Meistens, wenn die Betrüger selbst so blöd waren, ihre Telefonanlage zu bedienen, dann ja, rufen die ja selten nochmal an und legen halt einfach, ja, oder lassen das Gespräch und dann war's das halt. Das ist ja immer irgendwie gerne dem Kunden die Schuld geben, wenn irgendwas mal technisch nicht funktioniert hat. Immer wieder interessant. Aber eins sollte hier auf jeden Fall jedem klar sein. Wenn jemand euch privat zu Hause anruft, tja, da wird da kein Geldsegen an der Telefonleitung sein. Niemand wird euch einfach so anrufen, um euch Geld zu schenken. Und wenn man sich das verinnerlicht hat, dann kann man sich eigentlich darauf einstellen, nicht betrogen zu werden. Tja, man sollte definitiv nicht irgendwelchen fremden Menschen am Telefon irgendwas glauben und schon gar nicht einfach so Geld überweisen. Hier ist die Betrüger-Hotline. Und da ist wieder derjenige mit der Maus im Hintergrund. Und du hast aber eine olle alte Maus. Und deine Tastatur scheint ja auch noch aus der Steinzeit zu sein. Naja, tschüssi. Tja, wie so oft, da war wieder dieses gruselige Callcenter an der Leitung, was nichts sagt und wo man nur die Maus im Hintergrund hört und die dröhnende Musik. Tja, ich weiß nicht, was das soll. Dieses Callcenter habe ich hier tatsächlich jeden Tag an der Leitung. Manchmal den ganzen Tag. Keine Ahnung, wer sich das zur Aufgabe gemacht hat, zu versuchen, mich zu ärgern. Das Problem ist, was sie dabei vergessen, ich habe ja selber eine Telefonanlage. Ich packe die einfach auf Halten und dann sitzen die bei mir entweder auf Stumme oder meinetwegen habe ich auch noch Musik. Und dann können die sich bei mir ein bisschen Musik anhören. Tja, und das lassen wir denn so. Und da sitzt diese Person gerne mal eine Stunde bei mir auf der Leitung. Manchmal auch mit zwei Telefonen sogar gleichzeitig. Ja, wie gesagt, aber es ist für mich kein Problem. Ich kann ja deswegen trotzdem noch Gespräche annehmen und das einfach weiterlaufen lassen. Das stört mich persönlich nicht. Da vertrödelt hingegen jemand seine Zeit. Keine Ahnung, was das werden soll. Ob die Person so tun will, als würde sie arbeiten oder ob das pure Absicht ist. Aber es sitzt ja jemand dort und arbeitet und vertrödelt seine Zeit. Und derjenige sitzt ja da sicherlich auch nicht kostenlos. Also mache ich das Spielchen halt mit und lege die Leute einfach in die Warteschleife. Hallo? Ja? Herr Flitzkacke! Ja, Herr Betrüger? Ja, bist du schon wieder, ne? Ja, natürlich. Na, wie geht's? Entzüppeln. Alles gut? Ja. Entzüppeln. Wie läuft hier Tag so? Ja, ganz gut. Ah, guck mal. Rufen viele Betrüger an. Lohnt sich heute wieder. Wie bitte? Ich sage heute auch wieder viele Betrüger an. Was haben Sie gesagt, Sie sind Betrüger? Nicht gut, ne? Ihr seid ja Betrüger. Rufen heute wieder ganz viele an. Heute wieder ein guter Tag. Viele Aufzeichnungen auf YouTube. Es ist schon wirklich manchmal, ja, höchst beeindruckend, was da für Leute an der Leitung sitzen. Die erkennen mich schon an meinen Fake-Namen. Tja, kann ja tatsächlich sein. Ich meine, wer heißt schon? Herr Flitzekacke? Ich meine, das Problem ist bei den Betrügern, die erkennen einen halt nur nicht an solchen Namen, wenn sie der deutschen Sprache überhaupt nicht mächtig sind und da gefühlt wirklich nur ablesen. Aber es gibt ja auch die Betrüger, die wenigstens halbwegs Deutsch sprechen können. Ja, da gehört er hier auch dazu, auch wenn seine Aussprache halt ihnen irgendwie verrät und der Krach im Hintergrund. Aber immer wieder interessant, dass die da einfach trotzdem weitermachen und dann anrufen. Tja, wenn sie Spaß dran haben, machen wir mal direkt weiter mit dem Nächsten. Das hat jetzt nach Telefonhörer auflegen geklungen. Weiß ich nicht. Die da tatsächlich teilweise wie in der Steinzeit noch ein Hörer am Kopf mit Bringelkabel dran. Oh Mann. Ich meine, wir haben auch so ein Ding hier stehen, aber in einem Callcenter? Hm. Also ich weiß mal nicht. Vor allem, was soll das, wenn die hier jedes Mal bei mir anrufen und dann nichts sagen? Wie gesagt, die verplempern ja damit komplett ihre eigenen Ressourcen und ihre Zeit. Und ja, in der Zeit könnten die ja bei anderen anrufen. Ich weiß nicht, ob das Geschäft vielleicht momentan nicht so gut läuft und deswegen ist da jede Menge Zeit, um dann eben bei mir anzurufen. Ja, anders kann ich es mir einfach nicht vorstellen. Muss schon irgendwie so sein. Ja. Hallo, guten Abend, Herr Steiner. Ha. Mein Name ist Lina Cohen. Sie haben sich auf der Webseite Crypto Methods angemeldet. Das ist eine Handelsplattform, Crypto Handelsplattform. Ha. Also wenn Ihre Anmeldung immer noch aktuell ist, als Account Managerin muss ich Ihnen einfach helfen, Handelskonto richtig aktivieren. Aha. So, haben Sie schon Erfahrung in diesem Bereich? Nö. Also bei uns ist es so, dass innerhalb von zwei Wochen Sie können die Plattformen einfach testen und alles mit dem Finanzberater besprechen und schauen, wie bei uns alles funktioniert. Aha. Sie können natürlich früher, aber auch nach zwei Wochen, wie Sie wollen, das Geld investieren schon. Aha. Okay, Herr Steiner, darf ich fragen, wie alt sind Sie? Nee, dürfen Sie nicht. Wie alt sind Sie? Habe ich doch jetzt beantwortet. Ich habe nicht gehört, Entschuldigung. Ja, Sie dürfen nicht fragen. Okay, alles klar. Mhm. Dann, ich habe drei wichtige Fragen, nur wenn Sie beantworten auf diese Fragen, können wir weiter mit Ihnen arbeiten. Aha. Also wie alt sind Sie? Wer sind Sie von Beruf? Und wie... Tja. Damit ist ja keine Datenlegitimation erfolgt und damit kann man ja nicht feststellen, ob das stimmt, was ich sage. Also im Grunde genommen ist das komplett Blödsinn und albern. Vielleicht wollen die damit immer nur wieder abstecken, wie viel Geld da eventuell zu holen ist und wie blöd der Kunde sein könnte. Ich weiß es nicht. Ich kann mir einfach nicht keinen Reim drauf machen, wozu das Ganze dient. Klar muss man hier über 18 sein, aber letztendlich mache ich das ja später mit der Legitimation mit meinem Personalausweis auf der Webseite, was es ja da auch alles nicht gibt. Und wieder einer von den komischen, merkwürdigen Anrufen in englischer Sprache. Also wir haben hier auch schon Russisch und Französisch dran gehabt, aber ich frage mich, was das soll. Letztendlich rufen die hier in Deutschland an. Wenn ich mich da auf deren komischen, unseriösen Webseiten da registriere, in diesen Werbeplattformen, dann muss ich da mein Land angeben und bei der Telefonnummer auch noch mal das deutsche Fähnchen, damit es plus 4,9 da am Anfang steht. Aber warum rufen die dann nicht auf deutscher Sprache an? Ich habe keine Ahnung, was sie sich da drunter versprechen, wer da denn noch Geld einzahlt. Ich meine, wenn ich jetzt hier in Deutschland irgendwo handeln will, dann sind die auch dazu verpflichtet, mir einen deutschen Kundenservice bereitzustellen. Weil ich muss ja irgendwie da Fragen stellen können. Und die Webseite, die muss auch auf deutsch sein. Ist ja teilweise auch so bei den Betrügern, dass die gar nicht auf deutsch ist und auch gar nicht in deutscher Sprache verfügbar. Aber registrieren kann man sich auf deutsch. Tja, und die wollen dann auch das Geld aus Deutschland. Nur so ist das halt eben auch wieder alles nicht legal. Hallo. Ja? Здравствуйте. Hä? Здравствуйте. Was? Brumpla? Ja? Меня зовут Андрей, звоню из компании Nutriofarm. Ведущий специалист по продукции, на которую вы оставили заявку. Препарат называется «Для мужского здоровья империатор». Zаявка от вас? На император заявка от вас? Заявку на император вы оставляли? То есть оставляли, да? Я вас услышал. Всего доброго дня. Всего доброго дня. Ха? Also es klingt auf jeden Fall ganz stark danach, als wäre das Skript auf Russisch. Ich glaube, es war Russisch, oder? Ja, exakt das Gleiche. Ihr seid da wieder an der Reihe und gefragt schreibt mir in die Kommentare, ob das tatsächlich exakt das gleiche Skript ist, was der da so von sich gegeben hat und was er vielleicht sonst noch so links und rechts nebenbei gesagt hat. Und auch hier gilt wieder das Gleiche. Ich habe mich auf deren Webseite aus Deutschland angemeldet, musste Deutschland anklicken und habe auch Plus49 ausgewählt mit dem deutschen Fähnchen davor. Deswegen verstehe ich es einfach nicht, warum die jedes Mal auf Russisch, auf Englisch, auf sonst was anrufen und das hier denn auf diesen Sprachen probieren. Tja, also ich sage mal, Englisch ist ja noch die Chance schon noch höher, dass man da jemanden trifft, der die Sprache versteht. Aber bei Russisch wird es dann schon ein bisschen schmaler. Ja. Hallo, Neumann am Apparat. Hier ist der, ja, ich meinte mich vom Vergleichsportal. Sie haben ja Interesse an Trading gezahlt. Können Sie mich noch zuordnen? Nö. Haben Sie denn noch Interesse an Trading bezüglich Handel mit Forex und verschiedenen Finanzprodukten, zum Beispiel Rohstoffen, Edelmetalle, etc. Nö. Nö und tschüss. Nö und tschüss und irgendwas hat er dann noch in die Leitung genuschelt. Und ja, es ist ja herz aller Liebst. Also zumindest hat er ja mal mit Elan gesprochen und hatte ein bisschen Power in seiner Stimme. Wahrscheinlich hat er dann noch relativ frisch angefangen und hatte noch ein bisschen Elan, die Leute zu bescheißen. Weiß ich nicht, aber tja, die werden ja auch immer mehr und irgendwie auch immer raffinierter. Und im Vergleichsportal hatten wir jetzt so mit Trading auch noch nicht. Normalerweise sind es ja immer die Kontrollabteilung, Sicherheitsabteilung und was weiß ich, Kundendienstabteilung. Ja, aber alles irgendwie unseriös. Ja. Ja, hallo, grüße Sie, Neumann Apparat von Vergleichsportal. Sie haben sich ja registriert und Interesse an Trading gezeigt. Besteht Ihrerseits noch Interesse an Handeln mit Forex? Nö, ich habe mich nur um zu registriert. Okay, danke Ihnen. Tschüss. Da hatten wir die gleiche Blitzbirne nochmal dran, nur irgendwie nicht mehr mit ganz so viel Elan. Hm, vielleicht waren wir da auch zu oft schon wieder an dem Tag in der Leitung. Ich weiß es nicht. Schauen wir mal zum nächsten Gespräch, wie der sich so schlägt. Wenn euch das Video übrigens gefällt, dann gebt dem Video mal einen Daumen in nördliche Richtung. Ja, bitte. Ja, wunderschönen guten Tag. Herr Kreis, ich grüße Sie. Herr Kleine am Apparat hier von der Support-Abteilung Crypto.de. Störe ich oder passt das kurz bitte bei ihm? Ja, was soll ich denn? Ja, Sie haben sich in unseren Online-Trading-Satware arrestiert. Ja, und dann wollten Sie auch gerne starten. Da wollte ich mal fragen, haben Sie bereits Erfahrung oder sind Sie neu in diesem Bereich? Ja, Sie haben gesagt, dass ich mich nochmal melden soll, was? Tja, da war ich leider im Auto und irgendwie muss da wohl die Verbindung von meiner Seite hinüber gewesen sein. Zur Erklärung, die Leitung wird direkt in der, also das Gespräch wird direkt in der Leitung aufgezeichnet. Deswegen war er gut zu verstehen und ich eben nicht, weil seine Verbindung zum Server war ja gut. Meine Verbindung zum Server wohl in dem Moment gerade nicht. Muss ich wohl gerade irgendwie durch ein Funkloch gefahren sein. Also ich habe jetzt zumindest noch rausgehört, dass ich auf jeden Fall auch im Auto gesessen habe. Ja, also, äh, ja, ist nun mal leider nicht zu ändern, wenn man so ein tolles Handy-Netzchen in Deutschland hat. Und, äh, ja, das im besten Netz und im besten Deutschland aller Zeiten, was wir hier je gesehen haben, haben wir hier überall alles voll mit Funklöcher, Flickenteppich. Ja, naja, ist auch nochmal ein anderes Thema. Aber machen wir mal weiter mit unserem nächsten Betrüger. Ja, bitte, guck mal hier, dein Neul an. Hallo? Hallo? Ja? Sprich gerade mit Herr Kott? Ja. Hallo Herr Kott, ich bin der Matthias Höfer von der Blockchain Support. Aber sie gehört über Blockchain? Ja, was ist das? Also, in der Blockchain kann man schauen, alle die Transaktionen, die Leute machen, in Kryptos oder in Online-Trading. Verstehen Sie mich? Schlecht. Also, habe ich war und habe sehr eine Erfahrung gemacht. Hallo? Sprich Sie nicht mehr. Entschuldigung, nochmal bitte. Herr Kott. Ja, diesmal war die Verbindung zwar besser, aber irgendwie hat man dann das Echo gehört, weil während der Autofahrt hat man das Handy natürlich, ja, am Auto angeschlossen und telefoniert über der Freisprecheinrichtung. Hört man aber dann leider auch so ein Echo. Aber, ja, habe ich jetzt erst natürlich festgestellt hier beim, äh, nochmal anhören des Ganzen. Hm, müssen wir uns wohl für, für die Autofahrten dann wohl doch nochmal eine vernünftigere Lösung ausdenken. Hm, nur mit Kopfführer im Auto ist halt auch nicht so gut, ne? Und nicht erlaubt. Da müssen wir uns was einfallen lassen. Also, Echo war hier schon mal gut. Hm, was das jetzt genau war, weiß ich nicht. Habe ich aber auf jeden Fall gefunden. Hm, hier in meiner Liste. Aber, tja, die nette Tante hatten wir aber auch schon das ein oder andere Mal öfters dran. Ist auch von dem, äh, von den ganzen Betrüger schuppen. Hallo, hallo. Guten Tag. Guten Tag. Ich heiße Frau Mayer, Kate Mayer. Ich bin ein Kontomenagerierin vom Volkland-Kirchner. Sie haben eine Anmeldung über unsere Einflächen gemacht. Hören Sie mich? Haben Sie irgendwas im Mund? Was? Was? Haben Sie irgendwas im Mund? Was haben Sie? Ob Sie irgendwas im Mund haben, dass Sie nuscheln tun. Kannst du bitte? Kannst du bitte? Hallo, hallo. Hallo. Ich höre Sie nicht. Ich höre Sie nicht. Ne? Warum nicht? Ich muss Sie ein bisschen lauter stehen, wenn Sie nicht hören. Tja, wenn die nicht so einen Krach da im Hintergrund gehabt hätte in dem Callcenter, dann hätte sie mich wahrscheinlich besser gehört. Tja, aber soviel zum Thema. Die machen ja extra die Musik, damit man, äh, ja, die Kunden nicht hört. Äh, ja, genau das passiert dann. Man hört die Kunden tatsächlich wirklich nicht, wenn man die Musik da so auf volle Pulle laufen hat. Naja, zumindest konnte man hier an dem Krachen im Hintergrund wieder gut raushören, dass das kein seriöses Callcenter war. Naja, und die Stimme hatten wir hier auch schon öfters mal in der Leitung. Weiß man nicht. Aber es ist schon immer wieder gruselig, was da für Leute anrufen. Hallo, hallo. Ja? Guten Tag, ich spreche mit Herrn Gunter. Mit dem? Freut mich. Ich heiße Frau Mayer, ein Konto-Mennagierin. Das glauben Sie. Ich bin ein Konto-Mennagierin von Forex-Time Firma. Wir haben eine Anmeldung über Online-Investitionen gemacht. Aha. In Ihrer Anmeldung interessieren Sie für Online-Investitionen wie Bitcoin, wie Gas, wie Öl. Haben Sie Zeit, um mir hören, bitte? Wir wissen gerade der Kurs für den Pokémon-Garten. Äh, was? Was? Wir wissen gerade der Kurs für den Pokémon-Garten. Na und nun? Kommt eine Antwort, oder? Tja, da hat sie wohl schon gleich nicht Bescheid gewusst. Oder sie hat das ganze Spiel mit den Pokémon-Karten durchschaut. Was ich aber nicht glaube. Ja, zu dem Thema hier mit dem Echo und dem Auto. Ich glaube, das funktioniert so nicht, wie ich mir das vorgestellt habe. Von daher kann ich dann wohl im Auto leider nicht so viele Anrufe annehmen. Weil, naja, ihr hört ja, was da zu hören ist. Es ist eine Katastrophe. Da haben wir das Echo von dem Betrüger selbst drin. Wahrscheinlich, weil ich es im Auto so laut machen muss, damit ich sie verstehe. Und dadurch rückkoppelt das Ganze. Aber sie versteht mich dann nicht. Beziehungsweise ihr ja dann logischerweise auch nicht. Keine Ahnung, woran das genau liegt. Tja, so ist es, ne? Hat man eine tolle Telefonanlage im Auto. Und dann hat man hier trotzdem keine guten Aufzeichnungen. Naja, da lassen wir uns auf jeden Fall auch in Zukunft noch irgendwas einfallen. Ist noch verbesserungswürdig. Kommt mir nicht auf die Idee, dass wir jetzt hier ein neues Auto brauchen. Ja? Hallo? Ja? Spreche ich mit Herrn Wolfgang? Nee. Das ist unmöglich. Sie sind angemeldet. Hier gibt es keinen Wolfgang. Kein Herrn Wolfgang. So, ja. Sind Sie Wolfgang Wurstwasser? Ja, Herr Wurstwasser, aber nicht Herr Wolfgang. Wenn es dann immer mal so einfach wäre. Tja, also man wird hier mit dem Vornamen wie immer angequatscht. Und ich verneine das Ganze, weil dem ist ja auch wirklich nicht so. Ich habe mich nicht als Herr Wolfgang eingetragen, sondern als Herr Wurstwasser. Ja, aber weiß ich nicht, was das dann jedes Mal soll. Die sind dann da gleich eingeschnappt und haben gar keinen Bock mehr, dann das Gespräch weiterzuführen. Obwohl die ja eigentlich damit ja mehr oder weniger schon fast beleidigend sind, wenn die einen mit einem Vornamen jedes Mal ansprechen. Habe ich denen ja nicht erlaubt. Wir sind ja nicht per Du. Also wäre es ja ganz nett, wenn sie mich dann auch vernünftig mit meinem Nachnamen anspricht. Aber das kriegen die Betrüger auch irgendwie alle nicht so richtig hin auf die Ketten. Ich weiß es nicht. Naja, machen wir mal weiter mit dem nächsten Gespräch. Postschlömer? Hallo? Ja. Grüß Sie, Shop Online, Rostan. Es geht um Ihre Bestellung und die Bestellung eigentlich von Frau Ella. Prostovid. Oder? Sind Sie Herr Ella? Ja. Okay, schon wird wir reichen. Prostovid haben Sie bei uns bestellt, aber nicht gekriegt, sehen wir. Genau, ist nichts angekommen. Nichts angekommen. Augenblick, ich schaue mir, was ist los. Würde das verfolgen, um zu verstehen. Ja, das ist zurückgeschickt. Ja. Seit langem. Möchte ich begreifen, ob die Adresse stimmt. Braunschweiger Straße 55 Berlin, 120, 55. Ist das? Ja? Was? Die Postleitzahl, 120, 55 Berlin, wohnen Sie. Ja. In Braunschweiger Straße 55, wohnen Sie. Und Hordensack steht am Refgasten und draußen, Ihr Name? Ja. Und Sie sagen, es war nicht geliefert, überhaupt nicht. Ja. Keinen Zählchen, nichts haben Sie gekriegt. Genau. Okay. Falls das noch aktuell ist, können wir nochmal schicken lassen. Obwohl ich sehe, schon zweimal wurde geschickt. Ja. Haben Sie nicht gekriegt, ja? Kommt einfach nicht. Ja. Also, brauchen Sie das noch, oder? Natürlich. Mhm. Okay. Ich sehe mehr, Sie haben eine individuöse Bestellung bei uns, sozusagen. 6, 12, 16 Packungen. Ja. Nachher dann werde ich. Ja, 16 Packungen für 472. Genau. So gut, dann probieren wir nochmal schicken lassen. In vier Tagen sollte das mit DHL ankommen. Ja. Hoffentlich kriegen Sie das nochmal. Also nicht mehr mit DPD. Nein, 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 mit DHL lieben wir schon. Ja. Damals lieferte bei uns GLS, deswegen war es peinlich. Deswegen haben wir die Transporte verändert und hoffentlich kriegen Sie das mal. Gut, Sie bezahlen per Nachnahme, wissen Sie schon. Ja, natürlich. Falls Sie nicht da sind, bekommen Sie den Zettel, werden Sie von Post abholen. Ja, genau. 400 Euro da, genau. Aha. Ja, gut. Danke Ihnen. Alles Gute. Alles Gute. Tschüss. Ja, ja, die Pimmelpillen für den Herrn Hoten-Sack. Aber eine seriöse Bestellung. Also schön, dass es noch erwähnt hat, dass das jetzt hier eine seriöse Bestellung ist. Also ich meine mal davon abgesehen, dass mein Name ja jetzt hier definitiv auch nicht seriös ist. Die Firma verschickt hier Mehl-Tabletten, das ist also für 400 und, ne? Also da fragt man einen Förster. Also wie kommt man auf so einen Scheiß? Bei der Firma trägt man sich auf der Webseite ein, in dem Glauben, dass man da dann ja einen Bestellprozess im Online-Formular ausfüllt. So wie man das halt eben so, keine Ahnung, von jeder Webseite kennt. Und wenn man sich das erste Mal anmeldet, dann trägt man ja seinen Namen ein, seine Telefonnummer, drückt auf Weiter und dann ruft aber jemand an, anstatt dass man da seine Daten vervollständigen kann. Das ist das Komische an dieser Webseite. Ja, und eigentlich hatte man ja auch nur vor, eine Packung zu bestellen. Aber man bekommt ja dann hier bei denen immer gleich Großpackungen angeboten, dass man noch ein bisschen mehr mit dazu bestellt. Ja, das haben wir hier auch getan, habt ihr ja gehört. Wir haben ja mal ein Einkaufstütchen hier voll gemacht, ne? Irgendwie kann uns dem Anschein nach der Postbote nicht finden. Also die Straße und die Hausnummer gibt's. Vielleicht gibt's nur einfach nicht so richtig den Namen da am Briefkasten, den sie da jedes Mal glauben, draufdrücken zu müssen. Ja? Hallo, schönen guten Tag. Andrea Baron ist am Apparat. Ich melde mich von Eul Profit, wo Sie eine Registrierung gemacht haben. Grüße Sie. Wenn wir wieder sprechen. Andrea Baron, ich möchte mit, äh, Loris sprechen. Loris. Gibt's ja nicht. Na, knusprig, knusprig gibt's ja. Ja, knusprig, genau. Na, warum fragen Sie danach nicht? Also, Sie haben eine Registrierung unter diesem Namen gemacht, richtig? Ne. Aber wer war das? Wollte ich nicht. Wenn Sie nicht wissen, dann, äh, wie soll ich das wissen? Na, Sie müssen doch das wissen. Sie sind doch dazu verpflichtet. Also, Herr, bitte, äh... Woher haben Sie denn die Daten? Wir haben die Daten durch Eul Profit.de. Sie haben durch unsere Werbe Ihre E-Mail-Adresse gelassen und Nummer und den Namen. Ja. Vielleicht machen Sie das nicht, aber aufgrund rufe ich Sie an, weil ich Ihre Daten habe. Aber umsonst rufe ich Sie nicht an. Achso, also jetzt kümmern Sie sich gar nicht ums Datenschutzgesetz. Interessiert Sie nicht, ne? Ich habe das selbst gemacht, deshalb habe ich Sie angerufen. Haben Sie Interesse bei Eul Profit teilzunehmen und an der Börse? Tut eine kleine Investition? Nein, ich habe keinen Interesse, mich mit Kriminellen zu unterhalten, die auf den Datenschutz scheißen. Ähm. Sie haben keine Erlaubnis anzurufen. Sie können euch einfach bei fremden Leuten anrufen. Solange, dass ich in dem System eine Registrierung bekommen habe, persönlich von der Kunde, hat die Della-Blitz der Welt, Sie anzurufen, in welcher Uhrzeit ich will. Nee. Natürlich, weil Sie haben selbst das gemacht. Nee. Aber wer hat das gemacht? Ja, weiß ich nicht, wo Sie die Daten gekauft haben, aber letztendlich ist das illegal, dieser Anruf hier. Nein, nein, das ist nicht illegal, wir kaufen keine Daten. Aber das rechnen Sie mir doch da nicht. Das ist das Datenschutzgesetz. Datenschutzgrundverordnung. Lesen Sie sich das mal durch. Äh, mein lieber Herr. Ich rufe Sie an, weil Sie eine Registrierung gemacht haben durch Euler-Blitz. Das haben wir jetzt geklärt, stimmt ja nicht. Dann, äh, was wolltest du Ihnen sagen? Dann können Sie die Daten selbst lösen jetzt, damit Sie auch keine weiteren Anrufe kriegen. Das braucht doch nichts lösen, was ich nicht eingetragen habe. Das ist Ihr Job. Es ist nicht mein Job und wünsche Ihnen auch viel Spaß. Und bitte machen Sie keine Registrierung. Klar, das ist Ihr Job als billiger Callcenter-Mitarbeiter. Sie müssen keine Registrierung machen durch die Werbe, wenn Sie kein Interesse haben oder keine Ahnung haben. Das haben Sie ja gemacht. Sie sind ja kriminell. Aha. Und Sie kriegen auch bald eine Strafe für das, was Sie tun. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag. Krimineller Betrüger. Wertlos. Ja, das sind Sie gerade. Tschüss. Ja, also was ich versucht habe, diesem netten Mitarbeiter hier irgendwie zu erklären, dass die Webseite, wo die Daten angeblich herkommen, dass da jeder Hans Wurst die Daten eintragen kann. Also ihr könntet da euren Ex-Chef, euren Ex-Partner, eure Nachbarn, die ihr nicht mögt, eintragen und die mit Anrufe belästigen lassen. Denn es gibt keine Abfrage, ob die Telefonnummer, die ihr da eintragt, doch wirklich euch gehört. Man gibt einfach nur seine Daten ein und drückt auf Absenden und damit ist das Ding durch. Und das ist einfach nicht datenschutzkonform. Das habe ich versucht, ihm hier mitzuteilen. Nur irgendwie blicken die das immer nicht. Und schön, dass er hier der Meinung ist, er kann einfach jeden anrufen, zu welcher Uhrzeit er auch immer möchte. Nee, auch das ist nicht erlaubt. Nachts kann man hier nicht einfach Werbeanrufe machen. Da gibt es irgendwelche öffentlichen Geschäftszeiten. Habe ich jetzt nicht im Kopf, aber ich glaube, bis spätestens 22 Uhr müssten die Telefonate für Werbung auf jeden Fall durch sein. Hinterher auf gar keinen Fall mehr. Ich glaube, zwischen 22 und 6 Uhr ist Nachtruhe, da darf keiner anrufen. Also auch nicht diese Werbeerlaubnis, wenn man da eine erteilt hat. Dann zählt die auch in dieser Zeit nicht. Und die Werbeerlaubnis muss auch alle anderthalb Jahre erneuert werden. Das heißt, habt ihr mal irgendwo bei der Telekom eine Werbeerlaubnis hinterlassen, dann dürfen die euch nur anderthalb Jahre anrufen. Danach muss das automatisch erlöschen, ohne dass ihr was dafür tun müsst. Wenn die das verlängern möchten, dann müssen die am Telefon, währenddessen die euch auf der exakt gleichen Leitung schon mit gerade sprechen, eine Tonaufzeichnung machen. Dürfen wir sie nochmal anrufen, denn setze ich jetzt hier das Häkchen. Ansonsten nicht. Eine zweite Option ist, ihr tragt euch irgendwo ein und ihr kriegt einen PIN aufs Telefon zugeschickt. Also einen Anruf, der einen Code durchsagt. Also so ganz stumpf, dann 9, 3, 4. Und ihr müsst das dann da eintippen online. Oder eine SMS, um die Handynummer dann zu bestätigen. Das ist dann, ähm, ja, datenschutzkonform. Aber das, was der da erzählt, ist einfach nur kriminell und illegal. Ja, bitte. Hallo. Ja, was denn? Hallo, Herr Puffelchen. Das ist aus dem Apparat von dem Bitcoin-System. Aha. Frau Fizian, weil ich sehe, dass sie haben ein Investitionskonto bei uns registriert und an der Nutzung unserer System interessiert sind. Hallo? Hallo? Und irgendwie hat er dann jetzt hier an der Stelle schon nicht mehr weiter gewusst und das Gespräch beendet. Hm, ich habe euch noch zwei so eine Stempel mitgebracht. Ja, guten Tag. Ja? Hallo? Ja? Schönen guten Tag, Herr Steinpfleger. Hm? Hallo? Ja? Also ich weiß nicht, ob die mich auf der anderen Seite manchmal nicht hören. Aber wenn ich es hier ausprobiere, höre ich mich und ihr hört mich auch. Das heißt, das geht ja zumindest schon mal bis zum Server, das Gespräch. Tja, also es kann vielleicht daran liegen, dass wir irgendwie vom Mond oder vom Mars anrufen oder ihre billige Plastiktechnik benutzen. Oder die Musik einfach im Hintergrund so laut ist, dass die einen nicht hören. Ich habe keine Ahnung. Es ist immer wieder der absolute Wahnsinn. Es ist auf jeden Fall ganz, ganz wichtig, dass ihr, wenn ihr solche Gespräche habt, lasst euch da gar nicht lange auf so ein Geblubber und Geblaber ein. Denn es gibt auch viel, viel professionellere Betrüger, die besser klingen als das, was wir jetzt hier heute alles dran hatten oder allgemein auch meistens auf dem Kanal hören. Es gibt hier auch viele, viele Betrüger, die kann man einfach nicht so unbedingt daran festmachen von dem, was sie sagen. Dass sie Betrüger sind. Die reden dann professioneller. Und grundsätzlich sollte man auch nicht unbedingt Ja oder sowas am Telefon sagen. Denn es wird gerne aufgezeichnet. Und das kann man dann zum Beispiel für Zeitschriftenverträge oder so wieder genau an die Stelle packen, wo man es braucht. Und das möchte man, glaube ich, nicht haben. Von daher passt auf jeden Fall immer schön auf, was ihr am Telefon macht. Und vor allem, wo ihr eure Daten hinterlasst. Ich bedanke mich fürs Reinhören. Die Welt ist böse. Passt auf euch auf. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.